20 Jahre Töpfermarkt. Auch an diesem Wochenende lud die Thüringer Töpferinnung wieder nach Ilmenau ein. Trotz des schlechten Wetters waren einige Besucher vor Ort. Aber nur wenige junge Leute ließen sich von den liebevoll gefertigten Handwerksstücken begeistern. Ich denke einfach mal, dass man so eine Art Rückbesinnung wieder fördert, oder was heißt fördert, die muss von alleine kommen. Dass die Menschen merken, die Dinge haben, haben Wert. Der Töpfermeister ist einer von mehr als 40 Handwerkern und Künstlern aus ganz Deutschland, die an diesem Wochenende ihre Arbeiten in Ilmenau präsentieren. Es fällt auf, dass nicht alle Töpfermärkte mit der Problematik fehlender junger Besucher zu kämpfen haben. Generell auf Töpfermärkten würde ich sagen, ja. Ja, sind sehr begeisterungsfähig und mögen die fröhlichen Sachen auch sehr gerne. Es bleibt also zu hoffen, dass sich auch die Stände des Ilmenauer Töpfermarkts wieder mit jungen Besuchern füllen und dass deren Leidenschaft für das Töpferhandwerk noch nicht erloschen ist. Na, also das ist, ich glaube nicht, dass das zu Ende ist. Also die jungen Leute werden sich dafür immer weiter interessieren. Erst der 21. Ilmenauer Töpfermarkt kann zeigen, ob Gernot Fritsche richtig liegt oder die Anzahl junger Besucher weiter abnimmt.